hey hey wie geht's ja ich hab ich hab mir pocket knife und jetzt mach jeder wenn du willst der ist nicht hier hört auf zu lügen ja hatte die vorne da ist eine machete hier ist aber sonst nichts mehr drin da drin im raum die anderen sind auf der anderen seite einfach mal und ins wasser können wir nicht sonst hält er uns extrem über die ganze map cool sollen wir auto reparieren wir müssen nur alles finden und ich würde mal sagen lasst mal hier die beiden hast du den häusern hier schon nachgeguckt in dem letzten okay immer schön immer schön dicht hier machen ja ich nehme macheta sagt wenn du walkie talkie ist jetzt eine karte hey lass mich nicht hier zurück danke oh gott ich stecke fest hilfe hilfe alter ich stecke fest ich stecke im schrank ich hab dich gefangen oh gott ich sehe mein eigenes gesicht oh ich bin raus danke ich habe mein eigenes gesicht gerade ganz kurz gesehen oder sollte heute das war gruselig jetzt krieg ich ab träume danke oh hier ist noch was cool ich habe ein walkie jeremy hey wie läuft's ja wir sind hier beim auto und finden irgendwie nichts das ganz links im westen warte du hast ein perk dass du mal mit einer minimap startest toll ich sollte mir auch mal perks holen guck mal eine axt das ist doch mal was feines wieso ist so sauber so ruhig also ich habe da ein bisschen okay es war gerade dramatische musik ganz kurz okay oh hier ist hier ist ein pocket knife brauchst du okay tschüss albert hier hinten ist ein pocket knife hier 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 da vorne in dem grünen hier hier genau in dem warte sind nur wir drei in dem voice chat wieso glaube ich das denn dann hier ist ich will auf das island drauf gehen das ist dem sein haus da lassen wir mal hingehen das sieht cool aus was war das für ein geräusch ich glaube nicht dass es hier was gibt ja albert hast du das geräusch von gehört was war das der ist weg die sind auf die sind auf der insel alter die ganze zeit war die haustür offen halt so seid ihr nicht seid ihr bei seinem haus leute war das notwendig was ist los alter wir sind voll verloren albert komm wir schwimmen über das kurze bäschlein was macht jeremy was macht ihr denn da drüben ähm wir kämpfen gerade mit jason okay dann können wir ja in ruhe hier weitermachen ne ja cool äh wo wollen wir hin zum großen haus ja okay ich glaube nicht dass der jason das zulässt dass die anderen leute noch mal die leichen flattern jetzt ist es hier so dramatische musik wer läuft da mitten auf der straße hier hier warte wer ist das hey maxi ja komm her hast du keinen walktalkie ne hab ich nicht ich hab Angst ich will hier nicht weg gehen du weißt dass es ziemlich gruselig ist wenn du einfach so unter der alterne im dunkeln stehst ne ich weiß komm her wir reparieren auto und so macht es überhaupt sinn diese türen abzuschließen hier kommen wir zu euch ich war da schon im haus da bin ich weggelaufen vorhin überhaupt bin ich gekloppen bin ich alleine entkommen ja cool ähm hey das ist sau cool nein das ist nicht cool oh scheiße jetzt geh ich jetzt nein das will ich nicht das will ich nicht wenn ihr euch kurz versteckt geht euer ausdauer direkt voll oder du bleibst einfach stehen hm das dauert länger kenners guck mal ob hier batterie drin ist hier ist auch manchmal ne shotgun drin ähhhh wieso wird die musik so schlimm ich hab ne kassette gefunden für was ist die ich hab keine ahnung wir können keine ahnung da kannst du vielleicht mit musik machen oder so da kannst du vielleicht mit musik machen oder so also in so einem spiel cd spieler äh der meinte geradezu wir wieder nicht zum auto gehen cool was sollen wir dann machen sollen wir polizei rufen oder so hey hier pizza service sind sie das hey du fix hallo na wie geht's ich suche die ganze zeit nach einer batterie aber ich finde keine oder irgendwas um das auto zu reparieren hey da seid ihr hey da seid ihr putzer bliebchen wer ist noch auf der insel was ist lange du bei mir bist du ist alles okay hey hier ist noch ein flipknife so ein kleines schweizer messe hier ist noch ein walkie talkie ich hab jetzt alles nötiger hier achso ich hab die tür offen gelassen sehr nett hier ist noch ein walkie talkie hier ist noch ein walkie talkie hier ist noch ein walkie talkie da ist auch ein walkie talkie ein walkie talkie ist da oben guck mal kommt der ja gar nicht rein ins haus so wieso kriege ich gerade richtig panik Maxi hey da oben im haus war noch ein walkie talkie haben wir gerade albert verloren was ist gerade los ist albert gerade in die komplett andere richtung gelaufen du musst mich verarschen okay was ist hier los ja ich weiß nicht ich bin tommy charvis ich bin hier um den killer zu killen ich bin hier um eine autobatterie oder irgendwas zu finden mal Maxi hat doch eine autobatterie achso den gas hier ist oh warte mal Leute rennt ich hab sogar noch eins alter wir sind voll verloren hier einfach rennt ihr pisser jason ist da komm wer kommt hast du gerade jason amarsch und kommst zu uns gerannt ja danke bitte nicht sterben doofix yes die haben ihren jason in der nähe oder falls du es nicht mitbekommen hast ne hab ich nicht ich war gerade aufs klar cool ich kann mir nichts antun jupschüss ich hab dir eh kein wort hey ich bin drin er ist hier ich komme doofix gensicherheit am besten hast du ihn oh du mieses schwein ey du mieses schwein okay lauft laufen 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 ich hab dich doch schon getötet was soll denn die scheiße mann der ist hier willst du mich verarschen wer auch hier drin du willst du wohl verarschen oh oh hey wie gehts dir so schöner tag heute und hier ja danke läuft jay Feuerwerk ist das schwerer oder so ihr seid besser geworden aber das ist gut aber das ist gut test 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 1 2 nein ok sorry ähm wir brauchen wir brauchen nur noch Benzin endlich ja aber ich muss das Ding auch der mörder ist bei Katak aufladen ey schau doch nicht ab jetzt älter lass mich doch mal in Ruhe kommen dann will man den schönen Spaziergang im Wald machen und dann passiert sowas wird manchmal direkt gemakst mördert warum schreien hier Leute in meinem Kanal rum man ey was ist denn das hier der ist doch was wild ich von mir ablassen aber auf mich mit Zeug zu werfen komm schon ich hab ihn verarschen indem ich aufs Glocke gegangen bin ja Mensch ey die machen das die machen das die macht es mir schwerer als beim letzten mal ich dachte das wird eine schnelle Runde so wir brauchen nur noch Benzin da ich muss versuchen dass du keine Patronen finden kannst hh ahh so kühl kann man sich hier drin verstecken yeah bei was nein wir brauchen noch benzin und einen schlüssel äh nein wir brauchen nur benzin ich habe einen schlüssel hast du alles mixen ja alles ist auf benzin so also nur benzin ja und das finde ich eigentlich nicht nein wir machen eine Wand Wanderung wollte ich sagen Nachtwanderung Wandwanderung ich habe das Gefühl wurden alle Häuser schon durchsucht aber ich gehe trotzdem rein diese stille hast du diesen Spalt gehört das sind bestimmt die Insekten Kinas ich habe überlebt sowas hat sich darüber aufgeregt dass wir besser geworden sind hast du dich auch im Klo versteckt nein ich bin die ganze Zeit in der Scheune rein und raus gehüpft Kinas was machen wir gerade versuchen wir einfach nur durch Zeit zu überleben ja ich habe auch kein Telefon für Polizei gefunden wo muss das hin du hast so eine Fuse so eine Sicherung die musst du in das wo das Telefon ist um die Polizei zu rufen reinstecken okay und wo ist das wir suchen unser gemeinsames Grab aus ich versuche es gerade zu finden irgendwas Teddy Bear ich brauche ein bisschen Feuerwerk wieder Feuerwerk war geil ich komme gerade irgendjemandem näher guck doch am Grab Maxi aber wer ist hier bei mir Maxi du bist bei mir ja ich weiß voll geil ey und was machen wir jetzt du musst hier irgendwie ein Telefon mal finden Guck mal wo ich hier stehe hier steht dann hängt da ein Telefon an der Wand wir haben doch schon fast jedes Haus hier durchgesucht kann das sein ja ich weiß wir müssen nur noch Benzin so Obos hat das bestimmt alles versteckt da war ich schon Katak bei den Häusern ehrlich ja wir haben da noch jedes Haus hier schon durchgeguckt hier ist eine Axt nimm dir die Axt nimm dir die Axt warst du bei den Häusern am Auto äh ja war ich ein Schweizer oh ey das gibt es doch nicht wieso gibt es denn hier nirgendwo was Alter wenn das so weiter geht gewinnen wir gleich weil wir einfach nur lange genug überleben ich glaube Albert ist verrückt geworden ich bin mir aber nicht sicher warum bin ich verrückt geworden ich rede hier mit du fix oh ganz großer Fehler ganz großer Fehler ganz großer Fehler wow 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 das war ein ganz großer Fehler oder Alter ich bin ich bin ihm voll in die Arme gelaufen oh mein Gott das war wieso habt ihr auch immer alle ersten Hits ja Alter der ist bei mir Hilfe dann geh ich mal von hier weg ich bin noch voll am Rand jetzt lieber rum ich hoffe Katak hat mich nicht verraten nein ich renne gerade weg warum redest du wenn du weg rennst ich weiß nicht eh renne dann bin ich doch eh laut oder doch der hört dich wenn er in deiner Nähe ist ich glaub der Sorbus ist leicht angepisst von uns schon weil er keinen richtig bekommt wir gehen jetzt langsam aber auch schon die Tricks aus äh wir haben im Radio also ja ist er auch äh das ist kaputt ja was du hast scheiße gekauft die haben dir ein schlechtes Handy gegeben erster warte mal wir brauchen nur noch Benzin Kenners ja wieso finden noch 2 Minuten 40 ungefähr müssen wir überleben wo siehst du das äh ich hab so ein ähm Heck ich kann durch Wände gucken und so Heck wurde und weiß die Uhrzeit immer kannst du durch die Wand die Spielzeit sehen oh oh ich hab schon eine ich starte mit meiner Map immer diese eine mit der Map starten ich hab einen Schrank du wichst rein der ist hier den Hass hey Albert du kannst ja gerade nicht reden äh denk ich mal ist er bei euch? er ist aber bei uns ihr überlebt ihr habt nur noch 2 Minuten er ist bei euch? ja der ist bei uns wieso ist denn bei mir so dramatisch Musik ich hab Benzin der ist bei mir auch ich hab Benzin renn ich komm zum Auto ich bin unten beim Auto ich hoffe ich habe das richtig gemacht okay Kenners ich werde ich ich hab die Schlüsse gekauft ich bin direkt in der Falle vom Auto gelaufen oh bloß vom Auto weg hol mich einfach ab ich warte hier okay ja okay Auto hat jemand noch Erste-Hilfe-Spray oder so ja ich äh ne okay du musst dann gleich fahren pass auf ob da noch irgendwelche Fallen sind ich verblute ich gerade oder was ist mit mir los 30-20 Sekunden haben wir noch wir können noch fahren pass auf vorne ist eine Falle noch okay boah du bist beinahe in die Falle reingelaufen ne so wie komm ich rein komm ich rein wenn ich anhabe ich werde das Auto doch anhaben wir haben angefangen ja 2 1 ja 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 es ist so lächerlich weißt du wenn ich der Killer bin aber die die Plätze so richtig krass zusammen äh es ist einfach ich und die Badewanne haben zusammengearbeitet hallo du fix du fix hey bist du alleine drin oder hast du Freunde da drin du fix du hast niemanden bei dir drin hast niemanden bei dir drin hey ich hab die Falle gesehen hey wer ist da noch drin niemand niemand dass ich das Fenster boxen kann hey hey ich mach eure Fenster kaputt weil ihr ein scheiß Haus habt das Fenster hey hey kommt raus zum spielen warum hast du uns so schnell gefunden weil ihr äh ultra laut einfach seid äh Nö Kinnas wer von ich ist da grade abgehauen Kinnas Ich hab'n Fehler gemacht. Oh, Messer. Uh. Schön. Kinders. Ich kann dich darin sehen. Warte, ich mach dein Fenster kaputt. Ich kann dich sehen. Hi. Alter, du hast mich vorhin fertig gemacht. Jetzt mach' ich dich. Komm her. Warum lässt du du fix in den Kopf? Ich hab' keine Ahnung. Bist du da gerade aus dem Haus rausgelaufen? Du musst bedenken, dass ich gerade das erste Mal das Spiel spiele. Deswegen bin ich ein bisschen, äh... Ey, du sagst, du siehst mich und dann fragst du, ob ich weggelaufen bin. Nein, ich bin nicht weggelaufen. Nein, vorhin aus dem anderen Haus. Ja, geht doch. Muss ich in die Falle reinlaufen oder hätte ich einfach... Alles klar. Wo bist du? Ey, ey, du willst mich doch wohl jetzt verarschen, ne? Ey, 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 komm. Ach komm, ich kann die Tür noch nicht mal öffnen. Was hab' ich denn für einen Idioten, bitteschön. Och komm. Bist du jetzt gerade wieder reingesprungen in das Haus? Du willst mich... Du willst... Ey, du willst mich... Du willst mich doch wohl ver... Ey, komm her! Komm! Du bist zu schnell! Ja, man muss auch treffen. Ne, sowas, komm her! Nein. Ich kann dich hören, du bist ziemlich laut! Du bist jetzt nicht gerade graziös! Und ich kann dich kaum noch hören. Junge. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Geh weg von mir Nein, du hast so einen schönen Pulli, den muss ich haben Warum? Ich weiß nicht, gefällt mir To fix Hä? Du hast die Tür offen gelassen Hab ich nicht Hast du wohl Ach scheiß, wie viele Türen hat das Haus denn? Der, du bist wieder weg, ne? Yes, I am Du fix Ich hör dich Warte mal Nein, du bist, weh, du bist jetzt hier in diesem scheiß Schrank drin, ne? Du warst in dem Schrank drin, ernsthaft? Sie verdienen zu sterben Mache sie zu sterben, wie wir haben Oh Kinder Wo seid ihr? Ich glaub, der ist hier Viel Spaß Hey, wie geht's? Hey, du hast Du willst mir wohl verarschen Ich krieg dich wohl Leck meine Nüsschen, komm her Komm her Komm her Krieg ich mich nicht Oh Mann, wo bist du hin? Ich hab dich voll aus den Augen verloren Tja Bin halt geheim Oh Mann Oh Mann Wo bist du wohl hin? Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Kannst du mal diese scheiß Tür aufbekommen, bitteschön Ich hab's gleich Ich hab's gleich Ich Oh Gott Verdammt Oh Mann Danke Maxi Ich hoffe, du bist noch unter dem Bett Ähm Ja Ehrlich? Da bin ich noch Warte, kann ich dich überhaupt unter dem Bett töten? Maxi Du bist ja gar nicht mehr unter dem Bett Hast du gelogen? Hab ich dich jetzt schon wieder verloren? Uh, kaputt machen Hey, du bist ja doch noch unter dem Bett Was soll das? Warum holt meine Rumpf? Ich hab keine Ahnung Wieso kann ich dich nicht angreifen, wenn du unter dem Bett bist? Ich brauch Hilfe, Jeremy Schnee Alter Maxi, was soll ich denn? Alter Kannst du dich treffen? Nein, kann ich nicht Nee, ist mir ehrlich Ich kann mir ja nicht mehr raus hier Brauch ich irgendwie eine andere Waffe oder so? Komm mir nicht mehr weg Ja, aber das nicht, wo du drunter bist Ernsthaft? Ich hab das Bett verpackt Ich hab das Bett verpackt Ich kann mich nicht töten Ey Ich bin sicher Na, jetzt hol ich erst Na, tschüss Ich hol jetzt Ich hol jetzt Jeremy Jeremy Wo bist du? Oh, oh, falscher Knopf Komm ich echt nicht weg Kommst du nicht raus aus dem Bett auch? Nein Ernsthaft? Ja, ernsthaft Geil Faules Stück, du Okay, Jeremy Ich hol mal Jeremy, ne? Maxi, ich kann ja mal später gucken, wie es dir geht Ich gucke, muss mir nur das Bett merken Viel Spaß Mach's dir gemütlich Ciao Ciao Ja? Katak? Ja? Äh, Jeremy ist beim Boot Oh, danke Äh Ich muss nur das Boot finden Okay, danke Okay, bis gleich Tschüss Jeremy? 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 Jeremy! Ja, ey Maxi, der ist da gar nicht gewesen, du Held! Ich hab dich verarscht! Dafür gibt's jetzt Tod und Gedärme! Ja, probier ich mich doch zu töten! Jeremy? Bitte, bitte sag mir, dass du nicht auch unterm... Au! Nein! Ich hab dich gereden, Jeremy! Warte, ich muss weiter! Don't stop, Jason! Ich komme nicht weg! Alter, das ist so unfair, Maxi! Please don't see, please kill me! Warte mal, kann ich mit einem Messer auf dich werfen? Warte mal! Scheiße! Warte mal, kann ich mit einem Bärenfall irgendwie auf dich draufsetzen oder so? Ja, versuch's! Alter, das ist doch unfair! Tja, ich hab mir genau das richtige Bett ausgesucht! Ah! Ja, aber richtig, ey! Oh, Leute! Schieße, ey! Ah! Free Win! Vielleicht kann ich hier ersticken unterm Bett! Also, einer von uns hier rausgehen, meinte Jeremy! Ja, du rufst raus! Ich brauch die XP! Nein, du musst rausgehen! Ich brauch die XP! Ich brauch die XP! Ich brauch die XP! Aus dem... Kopf! Kopf! Ja, ich bin Kopf! Ja! Und? Katak, du musst raus, hat Jeremy gesagt! Alter, ich trau's nicht! Komm mit TS! Na gut, ich geh ja raus! Hast du gewonnen! Dann leck mich doch, ey! Das Schicksal hat entschieden! Aber ich bin Abaham! Die Zerei mit Zerei!